Ähm... Er hat nicht mal die Kiss mir gelootet. Äh... Äh... Also... Einen flauschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Skywars. Und es ist endlich geschehen. Ich habe einen neuen Gaming Stuhl. Und der war etwas teurer als normale Stühle. Aber dafür hat man auch viele Einstellmöglichkeiten, die man bei 0815 Stuhl nicht hat. Und die sind hier echt schon praktisch. Und der ist auch gemütlich und gemütlicher als mein alter Stuhl. Erstens ist er noch nicht durchgesessen. Ich weiß nicht wie lange es bei diesem Stuhl braucht, eh nicht durchgesessen ist. Aber ich denke mal, es wird viel länger dauern als bei meinem alten. Und ich denke mal, die Teile kann man auch austauschen. Ich habe den ja selbst zusammengebaut. Deswegen weiß ich das auch. Und meine Armlehnen, das sind jetzt nicht wie diese Kunststoffteile. Die sind nämlich nur beim normalen da. Ich habe die erweiterte Variante. Und ich sollte mal das Fenster zumachen. Sonst haben wir hier gleich die Verkehrsmeldungen direkt in der Aufnahme. Sicher nützlich für andere. Aber ihr seht das VUE erst ein paar Tage später. Von daher ist das jetzt nicht so relevant für euch. Ja, super habe ich das gemacht. Soll ich mit der Angelwahn? Ich weiß nicht. Der hat doch bestimmt Schneewelle oder Eier. Ach komm. Nein, Knockback. Nein, Knockback. Ah ja. Gut. Ja, okay. Oh, ich habe Heiltränke. Ich hält. Ich habe Heiltränke und benutze ihn nicht mal. Na gut, ja. Ausrede. Ich habe in der letzten Zeit nicht so viel Skymost gespielt. Deswegen, da denke ich mal, kann man das gut als Ausrede ja verwenden. Das sollte klar gehen, ne. Ist schon lustig, wie die Map sechs Votes hat. Aber es sind nur fünf Leute in der Runde drin. Und ne, ich habe noch nicht mal gevotet. Schön. Er sagt GG. Sagt er nur Racism Clan. Also kein Rassismus Clan. Aber er ist nicht mal in einem Clan drin. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber okay. Ich weiß auch nicht, warum es auf meinsach notwendig ist, ein Anti-Rassismus Clan zu gründen. Ich habe jetzt hier noch nicht Leute gesehen, die hier groß rassistisch rum beleidigen. Aber okay, wenn sie meinen, sollen sie machen. Mann, warum fällt mir das so erst immer hinterher auf, dass ich schon eine Spitzhacke habe. Jetzt habe ich wieder unnötig diese Stöcke hier rumliegen und keine Sau verwendet sie. Ich habe das jetzt auch mit meiner Equipment Verlinkung anders gemacht. Mein Equipment ist jetzt nicht mal unter meinem Video verlinkt, sondern auf einer extra Seite. Die habe ich ja schon zwei Jahre. Keine Ahnung oder so. Und da habe ich jetzt einen extra Tab eingerichtet mit Equipment. Ist auch verlinkt. Verlinkt. Und da habt ihr eine Seite, wo ich alles von meinem Setup verlinkt habe. Und noch mehr. Ähm. Hä, was hat denn der für ein Schwert? Oh mein, ich habe doch schon wieder eine Halbflasche. Mann, ey, ey, ey. Es ist mir in der letzten Sekunde aufgefallen. Ey, es ist echt schrecklich. Ich nutze mein Zeug nicht. Mir fällt gerade auf, es sieht so in der Facecam aus. Wenn ich jetzt so mache, würde es so aussehen, als würde ich auf gar keinem Stuhl sitzen. Das ist vielleicht auch mal was Neues. Aber ich weiß gar nicht, ob dieser Stuhl genau für meine Größe gemacht ist. Weil hier ist mein Korb und das hier ist eigentlich die Kopflehne. Aber ich sitze, ich sitze trotzdem gut. Von daher. Am Anfang dachte ich echt, das Teil kann man nicht einstellen. Da dachte ich mir, scheiße. Weil es hat so im Rücken gedrückt und ich dachte, ey, das ist doch nicht angenehm. Bis ich mir ein Video angeguckt habe und gedacht habe, ich bin ein schlauer Mensch. Aber nur, wenn es mir direkt ins Gesicht gesagt wird durch ein Video. Hier ist halt zu viel zum rumschrauben oder zum drehen. Deswegen verirre ich mich da mal in der Funktion. So, was haben wir denn hier noch schönes? Zwei andere Leute. Und der Rest hatte schon keinen Bock mehr. Hockt er da drüben? Nee. Junge. Du bist nicht mein... Ach, er ist genickt. Ach so, okay. Ja, du gut. Dann weiß ich jetzt warum. Aber wir haben hier schöne Kisten. Und was haben wir hier? Dreck. Dreck. Und noch mehr Dreck. Cool. Das ist das, was ich haben wollte. Schutz 2 nehme ich. Was habe ich hier? Schutz 3. Ja, mir brauche ich eigentlich nicht. So, Alex. 88. Wo bist du denn? Willst du ein bisschen spielen? Wir können ein bisschen Spaß zusammen haben. Ja, das ist schon ganz nett hier. Also entweder steht der AFK oder er spielt Verstecken. Das kann natürlich beides sein. Ich nehme mir mal das ganze Zeug hier raus. Schutz 1. Oh, noch besser. Schutz 2. Nochmal Schutz 2. Schutz. Schlag mich tot. Äh, bitte nicht. Danke. Okay. Diese Runde werde ich einsetzen. Und zwar meine Heal Potion. Heute werde ich... Also diese Runde werde ich hoffentlich dran glauben. Ich gebe mein Bestes. Und noch Blöcke, die ich wieder unendlich mal habe. Oh, Moment. Ich habe einen Tracker. Ach, der ist in der Mitte. Ja, Moinsen, ne? Ähm. Ich komme dann mal rüber auf deine bebaute, leicht bebaute Insel. Ich hoffe, ich kriege keine Nackenschelle von oben. Nein. Erdnangel. 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 Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. So, dann machen wir es eben anders. Ist mir doch egal, wenn du dich hochbaust. Ja, Pech gehabt, ne? Also dumm bin ich auch nicht. So. Erdnangel. Erdnangel. Er hat nicht, weil die Kisten hier gelootet. Äh. Hä? Also. Nachdem er gerade versucht hat, mich runterzustoßen, sollte er eigentlich wissen, wo er hinspringen sollte und wo nicht. das war ja voll offensichtlich dass sie ihn darunter hauen hätte können also seine taktik habe ich verstanden aber wenn ich wieder skybox gefallen hat dann das gerne eine positive bewertung da ansonsten wir uns mal rein und schauen leute ja